Boah, wir haben gleich so jemand an der Backe kleben. Glaub ich nicht, glaub ich nicht, glaub ich nicht. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich geh dann mal. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Schöne Frisur hat sie, schönes Kleid hat sie. Ah, unangenehm. Unangenehm, unangenehm, nimm mich, nimm mich, komm schon, nimm mich. Schade, ne? Egal, ich hab sie gerettet. Für ein paar Sekunden. Okay, ich kann mich mittlerweile selber heilen, weil wir... Warum meine ich? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight 2 gegen 8. Ich denke, die letzte für heute, aber wir werden sehen. Insgesamt macht es trotzdem echt Laune. Alleine kriege ich voll auf die Nase, ohne meine Freunde. Bin ja selbst schuld. Ich brauche nicht heulen, ne? Ich habe entschieden, dass ich mir das noch länger antun mag. Sie haben gesagt, ciao Kakao, ich bin raus. Es ist wirklich unglaublich. Hey, ein Jen, lass uns hinsitzen und loslegen. Jen, 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 Jen. Komm schon, gib mir Skillchecks. Gib mir großartige Skillchecks. Hey, Mac, hier ist Volk. Geh weiter. Yeah, ein großartiger. Ich freue mich so. Noch ein großartiger. Ich gebe alles, ich gebe alles, Freunde. Uh, da kommt jemand. Ah, die Huntress. Ja, 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 ja. Pasch schon, pasch schon. Ich setze mich dann gleich an den. Den machen wir gleich als nächstes. Wo sie den großtreten kann. Uh, warte, die legt noch jemand? Kann man die aufheben? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, die nimmt die mit. Ja, geht ja auch schnell. Hi, ich bin hier. Es tut mir leid, dass ich hier bin, wirklich. Es tut mir wirklich leid, dass ich hier bin. Also wirklich sehr leid. Hi. Autsch, das hat jetzt wirklich weh. Oder Jen ist soweit, aber ist noch jemand hier, ist die Frage. Oh, das ist ja der andere. Hi. Ich bin zwischen zwei Killer und das finde ich hier echt unangenehm. Lasst mich in Ruhe. Ja, zu lange einen Survivor zu verfolgen, ist wahrscheinlich auch doof. Welcher ist denn das eigentlich? Der zweite wieder? Ist das wieder ein Fallensteller? Ich könnte es mir so gut vorstellen. Hi. Aber wir können erstmal gerne durchziehen. Warte, warte. Wir ziehen erstmal durch. Heilen ist für die Schwachen. Ich kann auch hängen. Wir müssen Gens machen. Wir müssen Progress machen. Ich wünsche, ich wüsste, wo der Jen war. Von gerade eben. Aber egal. Egal. Warum hängt der Wohl? Holt den keiner? Nein, warum holt den keiner? Es sind zwei jetzt. Oh. Oh, der Jen ist auch. Hört sich auch total weit an. Oh, die wird jetzt da echt lupen. Komm. Lass mal, lass mal. Oh Gott, wurde ich jetzt aufgedeckt? Unangenehm. Okay, 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 okay. Ich geh dann mal. Ich muss von dem Jen weg. Das ist Unsinn, das ist Unsinn. Ich weiß, der ist weit und schön und... Oh, es ist Unsinn. Es ist Unsinn, das zu machen. Hey, ne Kiste. Will ich mich heilen? Es ist Unsinn. Okay, wir haben drei Gents. Und wir haben... Zwei, oh, vier Hooks. Unangenehm. Gib mir ein Medikit. Gib mir ein Medikit. Gib mir... Ja, schön. Da hängt jemand. Den hole ich. Bin ja schon hier. Boah. Wie die singt. Wie die sich freut. Ich bin hier. Ich heile dich. Ich heile dich. Ich habe noch nicht gegangen. Ich heile dich zuerst. Ich bin doch ein sozialer Mensch. Oh, da hinten wird jemand... Äh, aus Versehen hochgenommen. Kein Problem. Kein Problem. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem, Freunde. Oh, das ist ja der Kitzing, Mensch. Und das ist jetzt wirklich unlucky, dass ich da so Dinge getan habe. Hey, Freunde. Nie, Freunde? Hm. Eine, Freunde. Aua, aua, aua. Ah. Was heißt... Die liegt... Ach so. Alter, wie schnell kann man die Leute wegschicken? Das ist ja geil. Das ist... Also... Geil. Ist nur ein bisschen viel gesagt. Aber... Hey, ich sitze neben dir. Was machst du da? Noch jemand. Okay, okay. Kriegen wir hin. Noch drei Gens. Okay, okay, okay. Ah, ist einer. Läuft der schon? Keine Ahnung, aber witzig. Danke. Oh, da sägt einer rum. Müssen wir die erst heilen? Das ist... Ja, doch, komm. Ich meine, wenn der uns rein sägt, gibt es uns nichts, dass da jemand geheilt ist. Aber hey. Hat ja auch jemand mit dabei. Hier, komm. Lass uns mal schauen, wie es vorwärts geht. Boah, wir haben gleich so jemand an der Backe kleben. Läuft schon weg. Ach so, weil da jemand ist. Ja, gut. Da liegt noch jemand rum auf seiner faulen Haut. Verstehe ich nicht. Jetzt. Komm, gib mir doch mal einen Check. Ich habe diese Schönfähigkeiten und kriege keinen Check. Ich bin richtig gern enttäuscht. Oh, na toll. Alter, warum kann ich mich nicht einfach hier... Warum kann ich mich nicht einfach rumchillen und dann mich später darum kümmern, was für Dinge passieren? Schaff ich nicht, schaff ich nicht, schaff ich nicht. Ah. Oh nein. Der Chen hier ist so weit. Das sieht er aber. Ja, sie ist... Ah, der wird noch gefunden. Ja, zieh das den Chen durch. Oder zieh den Chen durch. Lass mich hängen. Lass mich hängen. Zieh den Chen durch. Ich bitte den Chen durch. Ich kann noch. Ich kann noch. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay. Okay. Oh. Wenn du auch hier bist... Ja, dann soll ich gerade sagen. Wenn du mich hier bekämpfst, bin ich gleich woanders. Praktisch. Praktisch. Oh, der Chen sieht weit aus. Oh, der Chen sieht weit aus. Oh. Lass uns den Chen machen. Lass uns den Chen machen. Lass mich doch da hin. Okay, okay, okay. Cooles Tor. Kann ich mir hängen, Leute. Helft mir. Helft mir, helft mir. Ich kann nicht mehr hängen. Oh, es ist gerade keiner aufgehängt. Ich ziehe durch. Wenn ich kann. Schönes Kleid hat sie. Schönes Kleid hat sie. Also insgesamt eine sehr bezaubernde Person. Ich höre ein Beil. Geh mal rein. Nicht ganz raus. Haltet ihr mich? Okay. Letzte. Das gibt... Oh, okay. Können wir vielleicht versuchen gemeinsam, ne? Aber schwierig, schwierig. Ja, okay. Versuchen wir es mal. Oh nein, der hat ihn verjagt. Der hat ihn verjagt. Der hat ihn verjagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der wurde abgehängt, aber... Wurde nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ah, schaffe ich nicht. Ich bin tot. Okay. Ich bin tot fürs Team. Ich hätte rauslaufen sollen. Ich hätte einfach rauslaufen sollen. Aber ich dachte, ich kann noch jemandem helfen. War halt nicht so gut. Aber es war nett. Okay. Also ich bin quasi rausgekommen. Das können wir so stehen lassen. Let's go auf dem Klo. Ich hänge mich an den Killerpo. Natürlich. Was soll ich sonst tun? Lass mich durch. Da ist ein Jen. Lass mich durch. Lass mich durch. Macht der. Hey Steve. Lange nicht gesehen. Also wirklich. Wirklich lange nicht gesehen, ein Steve. Hey Bill. Dich habe ich schon öfter gesehen. Letzt dich. Komm schon. Kommt jemand. Und. Leichter. Durchziehen. Und ist da. Na sowas. Das Problem ist, man wird ja eh gesehen. Das heißt. Wow. Hinter dir. Okay. Das heißt, ich circle einfach gleich weiter. Nach hier zum Beispiel. Hi. Na. Lass mich mal dahin. Mhm. Wenn die Leute dann eher an dem Jen bleiben. Ja. Okay. Da ist einer fertig. Finde ich okay. Aber auch problematisch. Potenzial problematisch. Oh. Ja. Und ist weg. Ja. Jetzt bin der Nächste in der Reihe. Oh. Hi. Da hat sie mich schon gesehen, oder? Hey. Da sind noch welche. Na komm. Ah. Unangenehm. 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 Nimm mich. Nimm mich. Komm schon. Nimm mich. Dann können die anderen da fertig machen. Jap. 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 Zieht ihr euer Jen durch? Nein. Die sind weggegangen. Das ist unangenehm. Das ist natürlich unangenehm. Ihr heilt euch hier. War das nicht ganz in der Nähe? Oh. Hier wird sich auch geheilt. Ist ja witzig. War das hier für eine Heilungsorgie? Wird man weit einfach weg vom Killer gesport? Freunde. Wir müssen Jens machen. Hört mal auf hier rum zu heilen. So viele Leute kannst du nicht heilen. Setz dich an Jen. Setz dich an ein Jen. Setz dich. Okay. Danke. Die Leute müssen einfach mal chillen. Hey, da ist ein Dwight in der Falle. Da war ein Dwight in der Falle. Hi. Na. Wie wär's mit dem Jen? Lass uns doch insgesamt einfach Progress machen. Es sind nur zwei Jens gemacht und es sind schon ganz schön viele Hooks, find ich. Das geht schon wieder wie das Brezelbacken. Sodass hier Menschenbrezeln gefaltet werden. Und ich bin ganz allein. Gib mir wenigstens Checks. Komm schon. Gib mir Checks. Check. Ja. Ja, den hab ich. Oh, hey. Da liegt jemand. Und gleich flutscht jemand in das Schattenreich. In den... Ja, flutscht nicht wirklich in den Antitus. Da rutscht er durch den Antitus oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall sind sie alle schwer beschäftigt. Ich geb mir Mühe. Das heißt nicht, dass das gut ist für mich oder irgendwas. Aber ich geb mir Mühe. Ich bin hier ganz alleine. Wo Steve ist auch ganz alleine und echt weit. Und da wurde jemand vertrieben. Das war Steve. Das heißt, Steves Jen da hinten ist richtig sexy. Das freut mich persönlich. Komm her, setz dich da hin. Wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Da hinten der Jen, da hinten der Jen. Aber Steve kommt nicht weg. Das war doch Steve. Der lubt sie hier einfach ewig. Jetzt weißt du, dass hier noch jemand ist, oder? Ja. Ja. Nimm mich. Nimm mich. Lass den Steve das machen. Lass den Steve das machen. Lass den Steve. Steve, du es nicht. Es ist zu früh. Nein, Steve. Steve folgt mir gleich. Oh, das verdichtet sich ganz schön hier. Die Jen-Dichte an der Stelle. Unangenehm. Oh, äh, wo? Da hinten ist es. Da hängt noch jemand im... Da hängt noch jemand im... Ne? Oh Gott, es ist unangenehm. Gehst du noch jemand retten? Nein, dann gehe ich. Okay, ist schon gerettet. Kommt da was raus aus der Nachfolge? Oder hängt da... Er hängt da. Keiner hilft ihm. Er liegt ja direkt. Ist ja ekelhaft. Das wird einfach nichts. Noch einer, noch einer. Na? Oh, wie sie einfach beide da sind. Das heißt aber, die Leute werden weggeschickt von ihnen. Der hier ist auch. Oh, der Jen ist schön. Dieser Jen sieht auch gut aus. Oh, kann keiner hier hinten... Oh, da wurde einer zu mir hergeschickt. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Oh Mann, das ist semi, semi, semi. Es sterben gleich die Ersten. Grundsätzlich ist drei Jens natürlich machbar, aber so eine Sache... Ja, dann heilt ihr euch immer. Ich will... Unangenehm, unangenehm. Alles sehr unangenehm. Da flutscht schon wieder einer runter. Okay, hängst du den ab. Ich geh an den Jen. Nicht ekelhaft. Brauch Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wir müssen sich nicht so viel heilen. Das ist... Okay, heilen ist natürlich schön. Aber man liegt so schnell. Den Progress, den man am Jen machen... Oder liegen gleich... Da kommen gleich zwei auf einmal. Kommt schon, der kommt schon. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Da ist schon jemand tot. Oh, ich sterbe jetzt auch. Wenn er mich nehmen würde. Er würde es wollen. Okay, ich kann mich mittlerweile selber heilen, weil wir... Warum eigentlich? Warum eigentlich? Habe ich schon genug Runden gemacht? Oder ist das zufällig? Ob ich es nun kann oder nicht? Auf jeden Fall heilen wir uns kurz. Warum? Weil ich Schmerzen nicht mag. Zwei Leute sind jetzt tot. Es brauchen immer noch drei Jens. Ah, ist jetzt ekelhaft. Sieht auch die Jen-Lichte gerade nicht so gut aus. Von der Mache her, ne? Da liegt einer. Einer hat folgt. Oh, hey. Das ist der Fallensteller. Der hat jetzt noch jemand gesehen. Oh, hey. Dann nehme ich den nächsten hin, wenn es geht. Ne, der steht auf die Frau. Wieder auf die Frau steht. Ey, guck, die sind Jenin. Hi. Ich weiß. Ich weiß. Das war doof. Aber so bin ich. Ich sterbe jetzt. Das ist in Ordnung. Es würde mich grundsätzlich interessieren, ob irgendwer rauskommt. Oh mein Gott, sind gerade viele im Ding. Und der verfolgt mich einfach. Tot, tot, tot. Lass mich. Ich hole den raus. Ich weiß. Oh, das ging nicht. Okay. Die hat Dings. Ich hab's nicht. Schade, ne? Egal, ich hab sie gerettet. Für ein paar Sekunden. Und sie hat einen kassiert schon. Hey, ich hab meine 30.000 Blutpunkte. Wey. Wir schauen uns das noch ganz kurz an. Warum? Weil. Ich mein, warum denn auch nicht? Bill ist, ne? Tapfer am reparieren. Kannst du aber vergessen. Wenn noch einer stirbt, dann kommt die Luke, wie sie wir wissen. Wenn's noch zwei von acht sind. Die, der sprintet. Die heilt. Die heilt. Okay. Bill braucht halt eigentlich noch nicht suchen. Die ist ja noch nicht da, oder? Die ist, äh. Die ist ja nicht da, die Luke. Aber geht zum Bretterverschlag. Erwartet, dass einer von den anderen drauf geht. Ich mein, ist jetzt nicht die schlechteste, ähm. Witzig. Das ist nicht die schlechteste Sache. Wenn sie liegt, sie ist tot. Und das wird sie sein. Bill. Was macht? Was ist Bills Plan? Ach so. Hm. Es wäre vielleicht auch gut, an einem Ausgang zu warten. Weil die suchen erstmal die Luke, oder? Die hängt im Schrank. Die ist tot. Oh ja. Oh, es sind beide. Ne. Doch. War da nicht ein Beil auch hinter ihr? Ja. Du bist fertig. Bill, die Luke kommt. Ich dachte eigentlich, dass er einen Plan hätte. Ist er wenigstens in der Nähe vom Ausgang. Oh mein Gott, Bill. Das tut mir leid. Die Luke, weiß ich nicht. Ich würde einen Ausgang gehen. Ich würde anderen Ausgang gehen. Bill ist fällig. Och man. Das tut mir leid. Die ist auch dran. Ach, der kann noch. Hm. Wie gut, dass sie irgendwie sie umgedreht hat. Als ob sie wüsste, wo er hochkommt. Ich freue mich. Ich kann ja überhaupt keine Haare abgeben. Ich würde ihn nicht heilen jetzt. Ich würde... Ne. Weitersuchen. Oh, äh. Nun. Unpraktisch. Die Luke wäre geil. Noch hat sie keiner. Jetzt wohnt die mehr am Rand, oder? Oh. Voila. Wie geht's ihm so? Er wird nicht verfolgt. Sie wurde verfolgt. Outbeat. Die Luke ist noch offen. Ah, hier. Die Luke. Luke ist halt leichter zu verteidigen. Die können sich sehen. Können sie sich sehen? Die guckt ihn an, aber er sieht's... Oh, er sieht's nicht. Er ist fällig. Okay. Und ciao. Oh, sie war schon da. Ciao, Bill. Aber hey. Einer. Einer ist rausgekommen. Das ist doch quasi ein Erfolg. Einer von acht, ne? Bisschen schwund ist ja bei kann ich immer. Fantastisch. Fantastischer Spielmodus. Schaut euch ja noch auf dem Kanal um. Abo und Like. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.